Bist du einen Läufer oder so? Läufer? Worum ist das ernst? Ja. Warte, wie heißt du jetzt mal? Warte, guck, dein Name. Omar. Omar Maschad. Ah, sorry, Abi. Omar Maschid. Warte, ich hab das sein, hey, die geht. Hey, hier, ich hab meinen Schutz. Habe mich, ich hab meinen Schutz geholt. Rede weiter hin. Assalamu alaikum. Was geht? Omar? Nix bei dir. Warte, der macht doch Fälle, Omar. Dieser kleine Junge. Bruder, wer ist dieser Omar Maschad? Irgendein Läufer, oder? Er ist ein Läufer. Jeder redet von diesem Omar Maschad. Wer bist du? Erklär mal, bist du ein Star? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, die haben mich zum Star gemacht. Du bist nicht mal der, du bist bestimmt der Fake-Account, wa? Nein, Wallah, ich bin ehrlich, Wallah. Nein, das ist der Raster, ich hab auch noch. Das ist der Echte? Ja, ja. Aber was hat er gemacht? Irgendwas anderes? Wollah, ich hab gar nichts gemacht, tig, ey. Ich bleib einfach so aus dem Nix. Ja, nee, du bist ein Märchen. Angeblich gibt's ein Video, wo er fünf Leute alleine... Guck mal, Harun, es gibt's ein Video, wo ich... Wo ich vier Leute zusammengeschlagen habe, ja? Aber das... Aber das... Ja, okay, bei dir glaub ich Abi. Abi? Äh, Omar, wer bist du? Bruder, sag ich dir nicht im Live. Okay. Und wen hast du so geschlagen? Ja, du bist ein Video-Duck. Bruder, sag ich dir nicht. Wo ich die Ringe? Ja, du bist.